Igeo Sim, gebürtig Julia Leben der Sohn von Anton Sim und seiner Ehefrau Julia, geborene Sepp besuchte Schulen in Lemberg, Wien und Innsbruck, wo er studierte. Während des Ersten Weltkriegs diente er im österreichischen Heer. 1918 bis 1921 war er Infanterieoffizier in der polnischen Armee, die er als Oberleutnant der Reserve verließ. 1921 bis 1925 arbeitete er als Angestellter und Prokurist bei der Wirtschaftsbank Gospodarstwa Krajowego in Warschau. Nach seinem ersten Filmeinsatz 1925 erhielt er einen Vertrag bei der Sascha-Film-Gesellschaft in Wien. Sim verkörperte in zahlreichen Stummfilmen vor allem elegante Kavaliere und Offiziere. Am 29. Januar 1928 wurde er zum Vorsitzenden des Filmkünstlerverbandes des Sascha-Filmstudios gewählt. Ab 1928 arbeitete er auch für den deutschen Film. 1931 trat er in Wien in der Operette Majestät Lesbitten erstmals auf der Bühne auf. Sim wurde in den 30er Jahren immer mehr zum Theaterschauspieler, der vor allem in Warschau als Revue- und Operettenstar populär war. Dabei glänzte er mit akrobatischen Einlagen und seinen musikalischen Fähigkeiten an der singenden Säge. Nach dem Überfall auf Polen kooperierte Sim, der sich als volksdeutscher verstand, mit den deutschen Besatzern und übernahm die Direktion des neuen, deutschsprachigen Theaters der Stadt Warschau. Außerdem beteiligte er sich am antipolnischen NS-Propagandafilm Heimkehr. Der polnische Untergrundstaat sah in Sim einen Verräter, zumal dessen Zusammenarbeit mit der Gestapo bekannt wurde. Ein Untergrundgericht verurteilte ihn zum Tode, worauf ihn ein Exekutionskommando in seiner Wohnung erschoss. Dieser Tat folgten als Vergeltungsmaßnahme zahlreiche Morde und Deportationen an der polnischen Bevölkerung.